Gut Freunde und damit herzlich willkommen zur 266. Honigwabe und wir kommen jetzt zum Thema das titelgebende Thema. 28. 28 Personen wurden diese Woche nach Afghanistan abgeschoben. 28. Eine 2 und eine 8, Freunde. Wir hatten schon letztes Jahr 280.000 ausreisepflichtige Personen im Land. Am Freitag haben wir erst 28 abgeschoben. Das entspricht 0,01%. Wenn wir jetzt nicht einmal im Jahr oder einmal im Monat oder wöchentlich, sondern täglich einen Flieger mit 28 ausreisepflichtigen Personen starten lassen, dann haben wir hier in 27,5 Jahren den letzten abgeschoben. Unter der Voraussetzung, dass bis dahin keine neuen dazukommen. Was ja aber der Fall ist. Wenn wir so weitermachen, wie das, was jetzt am Freitag passiert ist, täglich, dann glaube ich, haben wir hier in 10 Jahren nicht 280.000 ausreisepflichtige, sondern 400.000 oder so. Weil mehr kommen, als abgeschoben werden. Um mal deutlich zu machen, was für eine Clownsveranstaltung das jetzt zufälligerweise kurz vor den Wahlen gewesen ist. Dazu kommt die Frage, wurden die denn jetzt abgeschoben? Was ist eine Abschiebung? Wenn ich mitgeteilt bekomme, dass ich ausreisen muss und dann buche ich mir einen Flug in die Heimat, dann wurde ich ja nicht abgeschoben. Also abschieben heißt für mich unfreiwillig. Wenn ich es freiwillig mache, dann ist es nach meiner Lesart keine Abschiebung. War es denn freiwillig die Ausreise? Herr Thome hat gesagt, es wäre eine freiwillige Erklärung unterschrieben worden von den 28 Schüblingen. Das ist immer so, wenn sie dann Flugzeuge betreten, weil wir auch für Sicherheit im Flugzeug sorgen müssen. Aber es geht um eine Rechtsdurchsetzung. Die Menschen waren vollziehbar ausreisepflichtig nach dem geltenden Recht an Deutschland. Und dieses geltende Recht haben wir heute durchgesetzt. Ich habe fünf Jahre selbst abgeschoben. Ich habe nie so eine freiwillige Erklärung gebraucht, um jemanden abzuschieben. Das ist, wie gesagt, manche Fluggesellschaften verlangen das und dann gibt es diese Erklärung. Das ist natürlich Quatsch. Wer freiwillig ausreist, reist freiwillig aus. Wer das nicht macht, der wird mit körperlicher Gewalt, der wird durch die Polizei gezwungen, der wird abgeschoben. Eine Abschiebung, wenn jemand 1.000 Euro bekommt, ist keine, sondern eine freiwillige Ausreise. Da wurden wohl freiwilligen Erklärungen unterschrieben. Aber das sei immer so, hat uns Krückenfäser gerade wissen lassen. Frage! Was passiert denn, wenn diese freiwilligen Erklärung nicht unterschrieben wird? Sitzt derjenige dann trotzdem im Flieger? Wenn ja, wieso muss er dann eine freiwillige Erklärung unterschreiben? Dann erklärt sie, und das ist immer ein guter Indikator dafür, dass jemand gerade blödes Zeug erzählt, dann erklärt sie in ganz selbstbewusstem Ton, dass es da um eine Rechtsdurchsetzung ging. Die Menschen waren vollziehbar ausreisepflichtig nach dem geltenden Recht in Deutschland, hat sie da gesagt. Eine astreine Nebelkerze, denn das war weder Teil der Frage, noch hat irgendwer je angezweifelt, dass diese Personen vollziehbar ausreisepflichtig sind. Der Interview betont, dass er selbst fünf Jahre lang abgeschoben hätte und seine Erklärung nicht notwendig war. Doch, doch, das hat alles seine Richtigkeit. Und, betont Krückenfäser da nochmal, der Herr Christian Jung vom Deutschlandkurier hat es schon angesprochen, es gab 1.000 Euro Taschengeld. Also nicht nur der Flug war gratis, Taschengeld gab es auch noch. Wieso, fragt man sich da? Das ist kein Geld geflossen. Jeder der jetzt Abgeschobenen bekam 1.000 Euro sogenanntes Handgeld. Wie begründen Sie das denn, dass verurteilte Straftäter auch noch Bargeld von Deutschland bekommen auf ihrem Flug zurück nach Afghanistan? Also das führen die Länder durch, aber das geschieht deshalb, und das ist auch ein übliches Verfahren, um die Rechtsstaatlichkeit zu garantieren und nicht zu riskieren, dass uns Gerichte bei dieser Entscheidung aufheben und sagen, es droht Verelendung in dem Land, in das wir abschieben. Wie gesagt, das ist ein ganz übliches Verfahren. Es ist kein Geld geflossen. Wir haben nur jedem 1.000 Euro die Hand gedrückt. Erinnert mich an Habeck. Und die Insolvenz, die keine ist. Die Habecksche Insolvenz. Waldenmonk hat auf Twitter das entsprechende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gepostet. Darin heißt es, der Ausreisepflichtige muss seine elementarsten Bedürfnisse über einen absehbaren Zeitraum befriedigen können. Nachvollziehbar muss es jetzt nicht unbedingt sein, dass wir jemanden abschieben und der verdurstet dann drei Tage später, weil er sich die Flasche Wasser in der Heimat nicht leisten kann. Wie viel sind 1.000 Euro in Afghanistan wert? Kommt man damit erstmal über die Runden? Laut Chat-GPT verdienen Arbeiter und Angestellte in Afghanistan zwischen 30 und 60 Euro im Monat. Nehmen wir jetzt mal das obere Ende, also 60 Euro im Monat. Ein Angestellter muss in Afghanistan fast 1,5 Jahre arbeiten, um 1.000 Euro verdient zu haben. Wir fliegen diese Leute also gratis nach Hause und drücken ihnen noch genug Geld in die Hand, um über ein Jahr lang ein schön entspanntes Leben führen zu können. Was würdet ihr denken, wenn euer Cousin letzte Woche aus Afghanistan nach Deutschland abgeschoben worden wäre und die ihm noch 40.000 Euro in die Hand drücken? Er kommt ja und sagt, ey, Kalle, die Schweine habe ich abgeschoben und haben ihm noch 40.000 Euro. War auf die Kralle mitgegeben. Ist denn etwa das, was ein Angestellter hier in anderthalb Jahren verdient? Jetzt will ich mit dem Strich nicht meckern, denn das ist ein Wahnsinns-Deal aus unserer Sicht. Die 1.000 Euro pro Person hätten die uns alleine im September gekostet. Pro Person natürlich. Im Oktober dann die nächsten 1.000 und so weiter. Kleiner Funfact. Der Katar Airways Flug QTR 7431, der wo die Fach- und Ortskräfte drin saßen, war am Freitag der mit Abstand meist angesehene Flug bei Flightradar 24. Es sieht fast so aus, als würden die Leute gerne mehr davon wollen. Ich könnte mir sowas den ganzen Tag angucken. Hätte gute Daumen dabei. Was waren das jetzt genau für Fachkräfte oder Ortskräfte oder besonders gefährdete Menschenrechtsaktivisten und Künstlerinnen, die man gratis nach Hause geflogen hat? Welt der Eklat auf. Vergewaltige einer Elfjährigen 160 Pfarrer Straftäter. Das sind die abgeschobenen Afghanen. Aus Bayern wurden drei Straftäter im Alter von 27, 29 und 30 Jahren abgeschoben. Zwei davon waren wegen Sexualstraftaten, der Dritte wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. In Bayern gibt es Hermann zufolge. Ich habe übrigens versucht herauszufinden, wer Hermann sein soll, die man da zitiert. Ich habe keine Ahnung. In der Artikel steht nicht drin, wer Hermann ist. Ja, Irken Hermann. Mindestens noch 174 afghanische und 203 syrische Straftäter, die rasch außer Landes gebracht werden müssten. Müssten sie das, ja? Okay. Der Rest im Schnelldurchgang. Berlin, zwei Bubeles, die wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung verurteilt wurden. NRW, einer, wegen schwerer Brandstiftung. Thüringen, ein 25-Jähriger, wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl mit Waffen. Ich nehme jetzt mal an, ein Diebstahl mit Waffen ist ein Raub? Also, wenn du mir was aus dem Auto klaust und ich bin nicht da, und da hast du aber ein Messer in der Tasche, was spielt denn das Messer bei dem Diebstahl für eine Rolle? Vielleicht gibt's hier einen Fachmann, ja? Ein Diebstahl mit Waffen ist ein Raub oder nicht? Niedersachsen, fünf Bubeles, die wegen Diebstahls, Betrugs, gefährlicher Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Vergewaltigung und Trotschlags verurteilt wurden. Sachsen, ein 26-Jähriger, der wegen Vergewaltigung mit Körperverletzung und Bedrohung verurteilt wurde. Sachsen-Anhalt, zwei Bubeles, einer wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilt, der andere wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und aktuell wird oder wurde ermittelt wegen einer weiteren Vergewaltigung und der Abgabe von Betrugungsmitteln an Minderjährige. Diesbezüglich wird da jetzt natürlich straffrei davon kommen. Es sei denn, der ist dann mal ausnahmsweise so blöde und kommt dann zurück. Für die anderen gilt das nicht. Die können natürlich gerne zurückkommen. Meg Pom, einer, der war wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Vergewaltigung verurteilt. Bavu, fünf Männer, drei davon schwere Gewalttäter, die wegen versuchter Tötungsdelikte zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Ein weiterer ist ein verurteilter Mehrfach- und Intensivtäter, der über 160 Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Und der fünfte aus Bavu, Mukhtar N., heute 31 Jahre alt, der Haupttäter der stundenlangen Truppenvergewaltigung einer unter Drogen gesetzten 14-Jährigen in Illerkirchberg, in jedem Fall werdet ihr euch sicherlich erinnern, der wurde damals zu 26 Monaten Haft verurteilt, hat also 14 Monate mehr als Schlumme bekommen. Als Haupttäter einer Gruppenvergewaltigung begangen an einer unter Drogen gesetzten 14-Jährigen kriegst du 14 Monate mehr als Schlumme, weil er den Hass gesagt hat. Kurz nach seiner Tassung wurde Mokhtar N. übrigens wieder straffällig. Der wurde dann Freitag auf unsere Kosten nach Hause geflogen und hat noch genug Geld überreicht bekommen, um sich anderthalb Jahre lang um nichts Sorgen machen zu müssen. Herzlichen Glückwunsch und sein Anwalt hat bereits angekündigt, dass Mukhtar N. bald wieder zurück in Deutschland sein wird. Da habe ich eine Audio für euch, die ich mittelmäßig gut vorbereitet habe und los geht's. Der Anwalt Christoph Kess hat angekündigt, dass ein 31-jähriger Afghane, der wegen Vergewaltigung verurteilt und abgeschoben wurde, nach Deutschland zurückkehren wolle. Der Mann, der im Oktober 2019 ein 14-jähriges Mädchen in einer Flüchtlingsunterkunft in Illerkirchberg vergewaltigt hatte, möchte aufgrund der Schwangerschaft seiner deutschen Partnerin zurückkehren. Die Partnerin erwartet in zwei Monaten ein Kind, das automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhält. Der Fall erregt Aufsehen, da der Mann gemeinsam mit drei weiteren Tätern das minderjährige Mädchen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gesetzt und vergewaltigt hatte. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe wurde er nach Afghanistan abgeschoben. Die Schwangerschaft seiner Partnerin war den Behörden bekannt, als die Abschiebung beschlossen wurde. Kess plant nun, rechtliche Schritte einzuleiten, um die Rückkehr seines Mandanten zu ermöglichen. Ja, absolut großartig. Wir können stolz sein auf dieses Land. Die FAZ, die fucking FAZ, hat sich diese Woche gefragt, welche Risiken wohl für die Abgeschobenen in Afghanistan bestünden. Man stellt hier die wirklich wichtigen Fragen. Leider ein FAZ-Plus-Artikel und für die Scheiße werde ich keinen einzigen Euro ausgeben. Von daher werden wir niemals erfahren, wie stimmt das jetzt für die Armen, Vergewaltiger, Gruppenvergewaltiger und Totschläger sein wird. Mit anderthalb Jahresgehältern in der Tasche wohlgemerkt, wieder zurück in der Heimat zu sein. Übertroffen wird die FAZ nur von unseren Staatsmedien, Deutschlandfunk. Amnesty und Pro Asyl. Menschenrechtler entsetzt über Abschiebungen nach Afghanistan. Niemand sei in Afghanistan sicher, erklärte die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, Buchrof oder so ähnlich, in Berlin. Auch Pro Asyl äußerte Kritik. Jetzt mal unter uns. Wenn ich wüsste, dass jeder einzelne von denen zur Begrüßung erstmal eine ordentliche Trachtprügel von den Taliban bekommen würde, dann würde ich trotzdem persönlich das Flugzeug fliegen, wenn ich wüsste, wie das geht. Ich würde morgen meinen Job kündigen und die nächsten zwei Jahre auf Mindestlohnbasis eine Maschine nach der anderen hin und her fliegen. Und ich wäre glücklich dabei. Der erfüllendste Job, den ich mir wirklich vorstellen könnte. Und das war's für heute, Freunde. Und ja, nächste Woche wird's wieder richtig geil. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.